Ich glaube schon auf dem Server. Ich bin jetzt einfach mal noch mal drauf. Und jetzt ist es bei mir abgeschmiert. Ich bin jetzt schon auf dem Server drauf. Wir sind ja hier das letzte Mal gestoppt. Und unser Ziel war, was war nochmal unser Ziel? Einen Kreis zu laufen und damit dann die Leute zu finden. Also probieren, die Leute zu finden. Mal schauen, wie es so wird. Oh, da oben sind schon Skelette. Sollten die nicht verbrennen. Äh, eigentlich schon. Okay. Oh, du legst dich gerade mit dem Falschen an. Ja, glaube ich nämlich auch. Warte mal. Ah, 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 ah. Okay, jetzt wollte ich echt aufpassen. Oh, Leute, Leute, Billing, bitte, bitte. Was willst du? Ah, gut, okay. Okay, ist tot. Ich hatte noch vier Herzen. Also, es ist auf jeden Fall hier auf schwierig gestellt. Okay, nicht so schön. Ähm, so, wo sind die da unten? Das ist eine Kuh. Ich glaube nicht, dass die hier oben auf diesem Berg rumdümpeln. Glaube ich nämlich auch nicht. Ähm, ich hole trotzdem schnell die Kuh, würde ich sagen. Oder... Ja, mir egal. Ich wollte hier einfach... Achso, da die Kuh. Ja, da unten ist auch eine Kuh. Sollen wir probieren? Oh, und hier ist ein Kürbis. Könnten wir damit irgendwas machen? Kürbissuppe, oder? Geht es wirklich? Ja, es gibt Kürbissuppe, aber ich weiß, ehrlich gesagt, kann nicht jemand die machen. Weißt du was? Soll ich mal runterspringen? Zombie. Ja, mach. Riskier's. Ach, okay. Oh Gott, äh, hinter uns kommt gleich ein Baby-Zombie. Die kommen immer hinterher. Ja. Obwohl, ach, bis der da raus ist. Ja, wobei, doch. Ich, ich, ich pass mal auf. Hier ist noch ein Workbench. Echt? Oh, wir kommen den Leuten näher. So. Oh, ich glaub, ich hab... War das ein Name? Hm, hm, hm. Ich glaub, ich hab kurz das Gefühl gehabt... Egal. Kannst du auch. Laufen wir einfach mal hier in die Richtung. Jetzt sollten wir halt uns schon darüber Gedanken machen, dass die anderen in der Zeit bestimmt auch schon ein bisschen was genommen haben. Ja, jetzt sind sie erst wieder raufgekommen. Oh, das ist nervig, wenn sie immer runtergehen und wieder raufgehen. Richtig scheiße irgendwie. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Egal. Aber ist ja erlaubt. Ähm, ja gut. Im Prinzip müssten sie sich ja irgendwo eingegraben haben. Im Prinzip schon, ja. Schlussgames ist tot. Oh. Äh, der Arm ist... Ist ja aufgefallen, dass du der Einzige bist, der jemand getötet hat. Die anderen sind alle anders gestorben. Stimmt. Tobi ist am Fallschaden... Ah, da hinten ist ein Dschungelmium. Wir könnten da Melonen suchen. Jupp. Sehr gut. Gute Idee. Auch ganz viele Kühe. Ähm. Wo war ich gerade? Ähm. Fallschaden? Ja genau. Tobi ist am Fallschaden gestorben. Ähm. Im Ortleid hab ich geckelt und das Swiss ist noch gestorben und ansonsten... Cloud ist durch eine Hexe gestorben. Cloud war ich nicht dabei, leider. Und Dwightech ist durch einen Zombie gestorben. Auch. Was macht denn die denn? Hä? Sorry, aber sind die zu blöd? Hier sind ja fast nur noch OneClick und Ive und wir beide da. Äh, das ist... Ist das der in Ernst? Cool. Das ist ja geil. Also so richtig PvP. Ja. So, aber ich sehe hier jetzt nicht viel mit... Ähm. So, aber jetzt sehe ich dich wieder. Na, jetzt war gerade die Kürze, aber irgendwie... Ist auch nicht viel. Ähm. Sieht schlecht aus. Ne, sieht schlecht aus. Wobei... Ähm. Ich würde ja was in den Text, äh, Dings hier schreiben, aber wenn ich hier was reinschreibe, dann ist eventuell der Ton von meiner Aufnahme weg. Das ist immer nervig. Oh, hier ist ein, hier ist ein Tempel. Tempel, achso. Ja, Mann. Echt? Ob da vielleicht Diamanten versteckt sind? Aber das sind auch Fallen, ne? Ganz böse Fallen, ne? Ja, 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 ja. Uh, wir machen unsere Folgen eigentlich selber spannend. Ja, ist echt so. Erstmal ein Villagerdorf. Ähm, hast du, grafst du dich gerade rein, oder? Ja, von hinten irgendwo, keine Ahnung. Gut, ich bin jetzt auch bei dir. Oh, es vibriert. Vibriert? Ja, mein Handy hat gerade vibriert. Ich habe mir übrigens keine Facke. Ich habe noch drei Facke. Bei mir war es langsam, ja, wobei, knapp jetzt eigentlich nicht gerade. Eigentlich haben wir jetzt schon relativ gut Essen. Hm. Hier ist ein Hebel. Hier ist das Puzzle. Ach, du schaffst. Ähm, hast, schau mal, du kannst dich hier reinbauen, und dann müssen wir es gar nicht mehr machen. Wollte ich mal hier rein? Oh, du hast stattet in mir. Was bist du? Oh, wie ist es gerade erschreckt. Da sollte jetzt eine Kiste sein. Hm. Zwei Teams leben noch. Die Zeit zum Deathmatch verkürzt auch 45 Minuten. Ah, ist auch nicht verkehrt. Weißt du was, wenn noch zwei Teams leben, ist da was drin gewesen? Ich kann die nicht öffnen. Kann ich sie nicht öffnen? Hä? Gut, ähm, wir könnten eventuell auch probieren, uns einen Bogen zu machen. Ach, jetzt kann ich sie öffnen, ich deb. Kann man mal probieren? Ich habe sieben Gold drin und, äh, zehn Knochen. Also nichts Besonderes? Nö. Oh, shit. Oh, Gott. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Ja, oh, hier ist eine Pferderüstung. Nö. Ähm, am Spawn war doch ein Pferd. Wobei es, ja. Mitnehmen. Ja, wir sollen jetzt einen Bogen machen. Oh, ich muss erstmal hier kurz... Hallo? Ja, ja, warte mal. Ey, meine Blase ist ruhig, ich muss pissen. Ist da nicht dahinter noch was? Hier sind noch ein paar Pfeile drin. Ich habe jetzt fünf Strings und wir brauchen sechs für zwei Bögen. Ich habe noch einen. Ein String. Dann können wir uns ja tatsächlich zwei Bögen machen, Alter. Ist ja nice. Gehen wir mal kurz hier hin. Ich habe auch schon ein paar Pfeile, also. Na, ich habe, na, sieben. So, die Werkbank hier. Ja, ich habe fünf. Nein, acht. Ich gebe dir mal kurz den String. Oh, hinter dir. Danke. Ich glaube, ich brauche nochmal einen String. Ja, hinter dir. Es liegt einer auf... Ich gebe ihn dir nochmal eine Hand. So, jetzt hast du ihn. Habe ich ihn? Mehr hat so einen Tempel nicht, oder? Ah, was? Mehr hat so einen Tempel nicht zu bieten, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Also, da liegt ein Bogen. Ah. Da liegt ein Schwert. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht doch... Hast du jetzt zwei Schwerter gemacht, oder? Nee, es ist deins. Nein, ich habe ein Schwert. Okay. Ach, das ist aus der Kiste, glaube ich. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Es wird wieder dunkel. Ja, ähm... Ja, es wird wieder dunkel. Das heißt... Sollen wir... Ja. Sollen wir probieren, jetzt mal in die Höhle zu gehen? Weil, wenn es jetzt noch zwei Teams sind, ist halt die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass wir die jetzt noch finden. Ja, ja. Aber lass mal eine offene Höhle finden und keine buddeln, oder? Ja. Au. Ja. Weitere 10 Minuten sind... Oh Gott. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.